Ich bin mit meinem Freund Elia hier, Elia Suleiman. Er dreht gerade eine Komödie über den Frieden im Nahen Osten. Allein das ist schon lustig. Haben Sie denn auch Hunger? Nehmen Sie Rind oder Huhn? Anacotta, Schokolade, Tiramisu? Schokolade. Vergebt mir, oh Herr. Sind Sie der perfekte Fremde? Ah, vielen Dank. Nein, 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 nein.